Wir freuen uns, dass wir da jetzt wirklich sehr zügig auch den Niedersächsischen Tennisverband überzeugen konnten von unserem neuen Konzept Sportmedizin. Es ist auch für beide Seiten ein Pilotprojekt. Der Verband kann seinen Sportlern wirklich eine gute Medizin auf höchstem Niveau bieten. Wir haben, sag ich mal, erfolgreiche Sportler, die wir lange im Sportleben halten wollen. Es ist für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Es macht immer Spaß, mit Sportlern zusammenzuarbeiten. Ja, Schritt für Schritt kommen wir unserem Spitzensportmedizin-Konzept in Hildesheim einen Schritt weiter. Wir haben eine gute, eine zukunftsweisende Kooperation heute geschlossen. Mit dem Helios-Klinikum in Hildesheim hat der TNB einen Gesundheitspartner, das sucht national seinesgleichen. Und wir freuen uns darauf, diese Kooperation mit Leben zu füllen. Und vielleicht ist das ja auch eine Blaupause für ein weiteres Engagement. Wir von unserer Seite aus werden alles dafür tun, dass wir die Kooperationsvereinbarung auch leben und dass wir die vereinbarten Dinge sehr, sehr gut und stringent umsetzen.